Wie ist der Kohlenhydratanteil für die Hunde? Es ist schon so, dass ein geringer Kohlenhydratanteil, der zwischen 10 und 20% sinnvoll ist. Warum? Weil der Kohlenhydrate eine hervorragende Energiequelle für die Hunde sind, für das Bindegewebe wichtig sind. Üblicherweise empfehlen alle internationalen Experten, nicht komplett Getreide- oder Kohlenhydratfrei zu füttern. Man kann natürlich das Getreide durch Antagonalquellen ersetzen. Wenn Sie eine spezielle Unverträglichkeit haben, kann das sinnvoll sein, sonst ist es meistens nicht notwendig. Sollten Sie noch Fragen zu dem Thema haben, posten Sie einfach hier.